Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, diesmal mit der DJI Mavic Mini im Test. Ja, schauen wir sie uns einmal an. Es ist so gesehen quasi alles dabei, was man von Drohnenseite für den Start benötigt. Zum Lieferumfang gehört einmal die Drohne selbst, ein 2400 mAh Akku, eine Fernsteuerung, ein Satz-Ersatzpropeller, zwei Ersatz-Sticks für die Fernbedienung, drei USB-Kabel für die Verbindung von Smartphone und Fernbedienung, jeweils in der Ausführung einmal Micro-USB, einmal Typ-C-USB und einmal der Lightning-Anschluss, den wir von Apple gewohnt sind. Für den tatsächlichen Start fehlt dann nur noch eine Micro-SD-Speicherkarte, hier empfehle ich mindestens 64 GB bis maximal 128 GB werden durch die Drohne unterstützt. Auch sollte man natürlich der Besitzer eines kompatiblen Smartphones sein, das sich entsprechend mit der Fly-App benutzen lässt. Leider liegt der Drohne allerdings kein eigenes Netzteil bei, um Fernbedienung als auch Drohnen-Akku aufzuladen. Der Drohnen-Akku selbst wird in dieser Ausführung in der Drohne geladen. Daher benötigt man auf jeden Fall noch ein Netzteil, in welches man den USB-Stecker einstecken kann, um Drohne als auch Fernbedienung aufzuladen. Ich denke, da hat sich DJI etwas lumpen lassen und hätte ruhig ein Netzteil mit Doppel-USB-Anschluss beilegen können, um beide Geräte zeitgleich darüber aufladen zu können. Nun aber zu den Vorbereitungen für den Erstflug. Dazu ist es notwendig, dass man Smartphone, Software und Drohne miteinander verbindet. Die Software prüft dann automatisch auf Firmware-Updates und zwingt einen dazu, diese herunterzuladen. Bevor dies nicht geschehen ist, wird die Drohne nicht für den Flug freigeschaltet. Das ist für mich soweit okay. Dann sollte der Download aber auch zuverlässig funktionieren. Ich habe zahlreiche Anläufe und insgesamt mehrere Stunden an Versuchen probiert, bis ich endlich soweit war, dass ich die Updates herunterladen konnte. In meinem Fall waren es insgesamt zwei. Auch kann ich jedem Drohnenpiloten nur empfehlen, sich auf jeden Fall die DFS-Drohnen-App der Deutschen Flugsicherung herunterzuladen. Wie ich nämlich feststellen musste, zeigt die DJI Fly-App bei weitem nicht alle Flugverbotszonen an und berücksichtigt zum Beispiel Naturschutzgebiete oder Nationalparks überhaupt nicht. Oder stellt auch Einflugschneisen von Flughäfen und gerade auch Sportflughäfen viel zu klein dar. Aus diesem Grund lässt sich die Drohne dann auch in diesen Gebieten starten. Und wie wir alle wissen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Nun aber zum Wichtigsten, den Flugeigenschaften. Und die sieht man am besten im Flug. Daher richten wir jetzt einmal die Drohne gemeinsam zum Erstflug ein und lassen diese dann auch fliegen. Sobald die Aufnahme der Drohne startet, blende ich euch in groß das Bild der Drohne ein und im kleinen unten rechts in der Ecke das Live-Feed-Signal, das auf die Fernbedienung oder besser gesagt auf das Smartphone übertragen wird. Die Tonqualität ist ab diesem Moment nicht mehr die beste, da sie im Wind mit meinem Smartphone aufgenommen wurde. Dies bitte ich zu entschuldigen, ließ sich aber leider nicht anders bewerkstelligen. An dem Tag war es recht windig und daher sind sehr viele Windgeräusche in der Aufnahme vorhanden. Warten gerade bis das Auto noch auf Seite ist. Wir gehen in den Startmodus. Ja, die Drohne startet automatisch, geht auf 1,20 Meter ca. hoch. Wie man an meiner Mütze sieht, ist es recht windig. Trotzdem hält der Gimbal schön stabil. Die Drohne selbst hat so eine Abweichung von etwa 10 cm rauf, runter, rechts, links, fort, zurück, je nachdem wie der Windgrad schlägt, was der Gimbal aber einwandfrei ausgleichen kann. Nun gehen wir mal in die Höhe. Hier hat die Drohne schon etwas mehr zu kämpfen, auf 42 Meter Höhe. Wir haben ordentlich Wind mit starken Böen dazwischen. Trotzdem, wie ihr sehen könnt, das Kamerabild bleibt recht stabil. Der Gimbal kriegt das also gut ausgeglichen. Auch in der Drehung, die wir jetzt mal vollziehen. Das Bild bleibt schön sauber und stabil, wie man es sich wünscht. Hier seht ihr übrigens die schöne Eifel-Landschaft. Zwischen Feustdorf und Bürgel. Eifel ist auf jeden Fall immer mal ein Besuch wert. Dann fliegen wir mal ein Röntgen. Unten im Display könnt ihr unten mittig so ein kleines Blickrichtungssymbol mit einem Pfeil sehen. Daran könnt ihr euch immer orientieren, auch wenn ihr die Drohne eigentlich immer am Auge halten solltet. Was ich natürlich tue. Wo sich eure Drohne in etwa befindet, in welcher Richtung. Ob ihr gerade auf die Drohne blickt oder nicht. So, und deswegen ist es wichtig, immer den Luftraum im Auge zu behalten. Ich meine, auf die Höhe kommen wir bei Weitem nicht. Ach, Schade kriege ich gar nicht eingefangen. Ist so hoch für die Drohne. Sonst hätte ich euch jetzt mal einen Jumbo gezeigt, der vielleicht auf 1000 Meter unterwegs ist. Und nein, wir sind hier in keinem Einfluggebiet von einem Flughafen. Keine Ahnung, warum der so tief hier unterwegs ist. So, jetzt nehmen wir die Drohne mal zu uns rum. Kommen wir mal zurück. Die Drohne selbst hat keine eigentlichen Positionsleuchten mehr, wie man es von den meisten Hochwertungen umgebunden ist. Deswegen ist diese Einblendung der Blickrichtung der Drohne und der Richtung, in die ihr fliegt, natürlich auch Gold wert für die Orientierung unten am Boden. Hier sehen wir jetzt auch schon die Windwarnung. Warnung vor hohem Wind. Ja, da haben wir ganz schön was. Hier, gerade noch ein paar Meter höher. So, jetzt haben wir mal umgeschaltet in den Sportmodus. Da hat die Drohne etwas mehr Leistung. Die wollen wir jetzt mal testen. Da unten sind im Übrigen wir. Jetzt fahren wir mal zu uns rüber. Ihr seht, das geht schon ein wenig schneller. Zack. Mit knapp 48 Stundenkilometer könnt ihr mit der Drohne im Sportmodus unterwegs sein. Natürlich bei Windstille. Hier haben wir jetzt ordentlich Wind. Ich würde mal schätzen, gut 30 kmh in Böen bis zu 50. Ja, schauen wir mal. Da kommt auf jeden Fall jetzt ein Auto. Hoppala. Und an das hängen wir uns doch mal dran, würde ich vorschlagen. Wie ihr seht, lässt sich da ganz gut mithalten. So, noch kann ich die Drohne im Auge behalten. Wir sind also noch im sicheren Bereich. Der Himmel ist heute schön klar. Also ich finde das erstaunlich, wie gut ich die kleine Drohne tatsächlich sehen kann. Da hatte ich mit meiner großen weißen tatsächlich mehr Schwierigkeiten. Ja. Das war der Sportmodus. Ihr seht, wir haben ein paar Meter Strecke gemacht. Ganz oben links der Feldweg, das sind wir. So, jetzt gehen wir mal in den Cine-Smooth-Modus. Und hier fliegt die Drohne schön, sanft, gemütlich, um möglichst verwackelungsfreie Aufnahmen hinzubekommen. Gleichmäßige Bilder, schöne gleichmäßige Bewegungen. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt mit Vollgas unterwegs. Da fliegen wir bei den Windverhältnissen mit etwa 4 Meter die Sekunde. Das ist jetzt nicht die Welt, aber klar, wir wollen ja geschmeidige Aufnahmen. Aufnahmen, da ist viel mehr auch nicht wirklich drin. So, gehen wir mal wieder zurück in den Positionsmodus. Und bringen die Drohne mal zu uns zurück. Ja, wie ihr seht, haben wir inzwischen knapp 25 Prozent und 26 Prozent verbraucht. Von der Speicherkarte her hätten wir jetzt noch eine Aufnahmezeit von, ja, grob geschätzt, einer halben Stunde. Jetzt gehen wir mal runter, was tiefer. Und dann zeige ich euch mal so ein bisschen Detailaufnahmen, wie die Videoqualität tatsächlich ist. Seht, ich gehe jetzt mit Vollgas in den Landeanflug. Da sinken wir mit ungefähr 1,8 Meter die Sekunde. Hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Wind zusammen. Das muss die Drohne halt auch ausgleichen. Sie will halt immer sicher absteigen. So, jetzt bleiben wir etwa einen halben Meter über dem Boden stehen. Und ich zeige euch einmal die Details, mit denen die Drohne filmt. Wechseln wir dazu doch mal wieder in den Zinne-Modus. Das ist jetzt Vollgas im Zinne-Modus. Gehen wir mal am Gimbal ein bisschen nach oben, sonst wird es euch gleich schlecht. Einer oder andere wird es bemerkt haben. Hier steht jetzt hier 0,1 Meter. Natürlich fällt das Feld ein bisschen ab. Deswegen muss ich die Drohnen natürlich auch jetzt umso mehr im Auge behalten. Denn wie wir ja wissen, haben wir keine Frontkollisionswarnung. Da ist der Pilot jetzt selbstverantwortlich. So, steigen wir mal wieder ein bisschen auf. Denn gerade bei dem Wöhingen, wenn der Wind in die Drohne reinschlägt, kann es natürlich auch schnell mal passieren, dass sie mal einen guten Meter nach unten gedrückt wird. Und das wollen wir natürlich vermeiden. So. So, schauen wir uns doch die Sträucher da hinten mal was genauer an. Damit ihr mal einen Einblick bekommt, was die Drohne bildtechnisch leisten kann. Dann würde ich sagen, war es das einmal als erste Aufnahme für den Test. Und wir sehen uns bei besseren und stabileren Wetterverhältnissen wieder, wenn es das erste schöne Drohnenflug-Video wieder auf meinem YouTube-Kanal gibt. Bis dahin, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Alleskade.